Die starken Regenfälle haben natürlich den Barrankobach sehr stark ausgearbeitet. Heute, zwei Tage nach dem letzten starken Regen, bin ich jetzt mal hier in diese Schlucht gestiegen. Um uns herum stehen die Eukas, die Eukalyptusbäume, das ist Eukalyptus globosus, wie man mir sagte, gehört er in Auen, der findet sich also hier ganz zurecht, ist natürlich ein Fremdling, überwuchert hier so ziemlich alles, das bildet eine sehr starke Wurzelkonkurrenz für alle Pflanzen, die hier von Natur aus wachsen würden. Das sind dann vor allem die Korkeichen, Steineichen und Erdbeerbäume, dazwischen der Aphrodil. Hier kommt jetzt so ein Erdbeerbaum in den Blick. Wenn die Eukalyptusbäume gefällt sein sollten, was für Bauholz und so weiter von uns ständig geschieht, dann gibt es ja genug Möglichkeiten, für die anderen sofort wiederzukommen. Wir machen hier trotzdem in diesem Tal kein absolutes Entfernungsprogramm für den Eukalyptus, da das Bauholz uns auch einen Wert darstellt. Und wir hier auch dazu stehen, dass die Einbürgerung solcher Pflanzen nun mal zur Geschichte des Landes gehört. Eine Ausbreitung oder Neuansiedlungen werden wir natürlich keinerlei Idee mehr einräumen. Das kommt also gar nicht mehr in Frage, das ist ganz klar. Also, im Wesentlichen heißt es natürlich, Adeus für den Eukalyptus.